Zwischendurch von hier ein bisschen bekommen, wenn ich auch Mission spiele und sonst auch nicht. Also ich habe jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, alles hintereinander durchzuspielen, sondern alles freizuschalten. Alle Missionen ein bisschen Geld holen. Weil Mädchen-Missionen wirklich man viel Geld braucht. Und da schauen wir mal halt. Gehen wir weg. 300 Meter noch. Aufziehen kann ich immer, ne? Ne? Habe ich gar nicht. Dann haben wir das Adelauge. Tschüss. Ja, machen wir eben auch was schneller. Mal wieder nicht klug, aber... Ich hatte halt Bock dazu, schnell zu mördern. Porte Sands Denys. Datenbank analysiert. 80 Meter. Ah, okay, wir kriegen eine Nachricht, dass im Café, Theater, Einnahmen sind. Das ist einmal kurz hier durch. Wen treffen wir denn da unten? Schauen wir mal. Hören wir mal die Mission aus. Vielleicht treffen wir uns auf unserem Mentor, was ich hoffen möchte. Oder? Die Mission ist jetzt, glaube ich, dass wir, genau, den, äh, den König der Bettler treffen. Oder halt sein, äh, Adjutant. Gut. Man muss sie mal gucken. Okay, versteck. Okay, rot, 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 rot. Äh. Da ist einzelne Wache. Vielleicht komme ich an die ran. Moment, haben wir... Ne, wir haben keine, okay, schade. Okay. Hier habe ich noch, okay, keine Einsicht. Kommen wir uns mal schnell darum. Oh, nö. Oh, die sind so stark, die Typen, ne? Was haben wir mal? Schnell, Abgang, gehen wir mal. Schnauze. Ich wollte doch nur in Ruhe durchgehen. Wenn ich dich in die Finger kriege, reiß ich dir die Augen raus. Oh, ja. Weiß nicht. Schnell, dat ist das? Oh, das ist doch der. Schnell, das ist doch. Oh, das ist das. Oh, das ist doch. Horrath, ich mirste. Ich glaube, dass ich nicht tege. Oh, das ist das? Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn ein ganzer Bettler. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Wer ist er? Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen, dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arnaud. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Okay. Natürlich jetzt nicht schwer, mit der Adlauge hier lang zu gehen. Oh nein. Ich glaube, die verkacken wir, die verkackt hätten wir. Ich glaube, die, die, uh... Was ist die Spur? Ach komm. Du bist ein witz, du hund. Verdammt! Ach Mann, wo ist er denn dahinten? Ist es wirklich schwer, so eine Mission wirklich in Stealth zu machen? Ich darf auch keine Sprünge mehr rauchen. Komm her, ich schneide dich auf wieder in den Rest dieser Barrette. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Hm... Ein Leben in einem Fischzeichen gerettet, doch aber tot. Der Zoll steigt und steigt. Ich weiß nicht, wer die neuen Freunde des Königs sind, aber sie nehmen uns aus wie Gänse. Hoffentlich habe ich genug. Glauben! Glauben! Komm schon! Komm schon! Kopfschuss.